so hier lang zum schreien des schmerzes es war es ja ich gar nicht dass dann auch nur solche woods auftragen nachdem man es dann dadurch geschafft hat so jetzt sind wir wieder hier inselkarte und ein brief inselkarte vorgottener war es oft des desaos cemetery cemetery also der frühhof pyramide of umas und die street island was steht denn hier lieber besucher bitte findet die beigelegte karte der inseln nützlich ich habe es mir herausgenommen ein paar schlüssel orte zu markieren um dich ein bisschen dass sich ein bisschen ein neues heim gewöhnt ich bin jedoch darüber besorgt dass dein besuch auf der insel nicht lange anhält meine haustiere sind wie immer sehr hungrig wenn du nach norden schaust solltest du die große pyramide von umas sehen ja dahinten er braucht über den baumspitzen und dem westen kannst du die ruinen von desser ruhen finden ein riesiger dungeon den ich für dich vorbereitet habe hinter desser ruhen sind sogar noch ältere plätze aber du brauchst dich nicht mit diesen zu beschäftigen denn die herausforderungen die vor die liegen werden die über den kopf hinaus wachsen zu guter letzt findest du im westen die den friedhof wo einige interessante leute begraben sind es liegt an dir welches dieser orte dein grab sein soll der inselmeister mal wieder okay nett also ja wir würden sie umgucken sheet island da sind wir jetzt hier vor gott nur hier gibt es auch noch einige locations zu erkunden aber da kommen wir noch nicht hin also ja wir könnten da lang gehen oder wir können uns hier weiter mal umgucken da wäre schon mal wieder so eine todesfratze ein stein steine könnten wir mal ein paar mitnehmen falls wir sie brauchen zum werfen mal wieder eine kaputte brücke ich bin der wächter der brücke wägt mich auf sollten wir das tun ja sollten wir da hat sich der stein doch schon mal richtig gelohnt obwohl ich dieser brücke eigentlich nicht seite vertrauen sollen so aber hier ist schon mal wieder etwas zu essen zwei volle säcke essen haben wir noch und einen angefangenen hier wäre wieder ein teleporter mit einem schalter und das wäre dann wohl der dann schon das gebiet in den dungeon wo es oft ist okay nein noch nicht und ich kann leider nicht wirklich ins wasser gucken was da ist mal wieder etwas der radsum dass wir übersicht haben ich könnte mich unter wasser um gucken auch noch ein stein die kommen wie gesagt mit falls wir sie mal brauchen da ist wieder die knarre und hier sind gedankenspiele wohl und hier höre ich wieder irgendwas kleine erdmonster die tür scheint schon mal nicht für dich aufzugehen können wir euch einfach drücken nein können wir nicht leder cap bringt rüstung bringt uns aber nichts weil wir keinen mehr haben der leder cap tragen kann zurzeit jedenfalls nicht ok so aktivieren wir mal wieder ein stein der philosophen also ein neues schieberätsel ah eine zentrifuge ok moment kann ich mit dir einfach so die dinger irgendwo hinballern nein kann ich nicht okay dann versuchen wir erst einmal dicht zu platzieren irgendwie ach da können wir rum und da können wir hier rum hier ist mal wieder ein schlüssel und so solltest deine fackel wieder die hand nehmen das wird wieder dunkel das sehe ich knöpfe und so sehen kann was haben wir in der kiste ein haufen essen und ein rezept blatt wird kämpfen falcons geier falcons geier haben wir so ach doch haben wir ok so was warst du du machst hier auf machst du nur hier auf oder hast du auch hier aufgemacht nein habe ich schätze mal die machen dann da auf wenn ich das betätige nur wie bekomme ich dich da weiter das war schon mal nicht ganz richtig ich kann ich nämlich leider nur hierher verschieben und ich kann leider auch nicht sagen dass die das dinge ist weg schießen soll nein das ist jetzt ich kann auch nichts einschlagen hier wenn ich das was will ich dich auf das andere ding verschiebe nein bringt schon mal nichts wenn ich euch ausschalte kann ich dich dann vielleicht weg schießen nein das bringt leider auch nichts ja das ist der durchgang die wir gemacht haben aber das war es doch schon ich können wir nicht verschieben außer wir würden diese wand irgendwie los werden hier ist mal wieder eine starttour äh nee komm geh wieder an dich können wir nicht da lang verschieben nur da lang und von da aus können wir dich nicht drücken zeig mir doch mal das gebiet hier hier ist nirgends ein knopf oder etwas ähnliches was mir helfen könnte hier ist nur das baller ding das macht zum glück keinen schaden wenn es uns trifft die richtung kann ich nicht dich nicht schieben und ich kann auch die gruppe nicht mehr nicht auch immer noch nicht aufteilen hier ist auch nirgendwo was zum drücken und die kann ich leider nicht einschlagen wie soll das nur gehen ich müsste irgendwie hier hinten reinkommen noch über irgendeinen weg hier reinkommen aber hier kann ich schon mal nichts drücken hier kann ich auch nichts drücken und hier auch nicht und ja die jungs da kann ich auch nicht rauslassen dass die mir den da hindrücken ne weiter kurz die wände abgucken hier glitscht der baum durch macht nicht so viel aus hier auch nichts da auch nichts da ist nur der weg zurück und hier ist auch nichts nein ich kann ihm die fackel an den kopf werfen das war es auch schon dich kann ich nicht zerklopfen es muss eine lösung für das rätsel geben definitiv du bist auch keine unsichtbare wand oder so und da ist der knopf dafür auch gut ja legen wir uns mal mit kleinen stein golems an wird sicherlich auch interessant so ne die knarre lasse ich dafür mal stecken und da kommt der kumpel auch schon wow gut du steckst viel ein was ja fast auch schon klar war du bist ein stein wow wir sollten uns nicht einkeilen lassen so machen wir erstmal die tür wieder zu wow und du kannst in eine richtung und schlagen sagt los mal wie viel hältst du aus kumpel ich nehme mich da dass wir dich betreiben können wow wow also ja mit dem müssen wir leider so tanzen wir sind dann verhungern so äh ja zum Glück habe ich nur den einen jetzt rausgelassen und wir schlagen daneben mit unserer spezialattacke ein schaden out of energy ja kommt ruhig her ok wow das war knapp und Untertitelung des ZDF, 2020